Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Playmobil, wir blicken über die Tellerrandwoche. Und zwar das zweite Ghostbusters-Set, was ich hier für euch habe. Und zwar blinde ich euch auch da wieder den kleinen Notizzettel ein. Diesmal ist ein kleineres Set und zwar ist das Peter Venkman und Dana Barrett, die 9223. Wobei offiziell heißt es Venkman und Terror Dogs. Ich schreibe das so mal rein, weil das sind für mich meine Hauptfiguren, um die es geht. Deswegen ist das Peter Venkman und Dana Barrett, die 9223. Im Jahre 2017 erschienen, genauso wie Ektor 1. Besteht aus 20 Teilen, enthält zwei Figuren plus eben diese zwei Terror Dogs. Und das Ganze zu einer UVP von 11,99 Euro. So, dann haben wir es, sieht man es auch, Dana Barrett hier in ihrem Outfit, mit dem sie versucht, ihn zu verführen. Wenn sie dann quasi der Schlüsselmeister und der Torwächter, dann hier Suhl und Vince Clotho. Und ja, genau hier Peter Venkman in seinem Ghostbusters Outfit mit Protonenpäckchen dran und Geisterfalle. Und dann halt diese beiden Hunde hier quasi, also Terror Dogs dann quasi. Auch hier Suhl und Vince Clotho eben die beiden Schlüsselmeister und Torwächter. Ja, schönes kleines Set, zwei Playmobil-Figuren, Falle, auch wieder ein PKI-Meter dabei. Ein Protonenpäckchen mit Strahl und halt eben die beiden Terror Dogs. Und ansonsten, hier sieht man auch nochmal, die kann man halt so ein bisschen halt artikulieren lassen. Die Beine kann man bewegen, die Kopf kann man hoch und runter senken. Hier sieht man auch nochmal Venkman und Dana. Warum auch immer sie mit Vornamen und er mit Nachnamen hier draufsteht, muss man nicht verstehen. Er ist auch hier so ein bisschen vollgeschleimt, wenn Slimer ihn gerade erwischt hat. Und hier sieht man auch nochmal dasselbe wie vorne, so ein bisschen Action hat, wie er hier gerade auf die Terror Dogs schießt. Hier nochmal der Inhalt, das hatten wir eben schon mal gesehen. Und dann machen wir das Ganze einfach mal auf. Das hat dann hier zwei Perforationspunkte, wo man dann das abziehen kann. Und dann ist es auch noch hier perforiert, dann kann man das nämlich auch jederzeit wieder verschließen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Also man kann es da aufmachen, aber auch jederzeit wieder verschließen. So, jetzt hängt das hier an den Blaschen fest an den Seiten, aber das ist auch ganz leicht neu festgeklebt. Kann man leicht ablösen. So, dann schauen wir mal, was wir so drin haben. Tiefel mit Anleitung und Stickern, kommt auch hier so ein bisschen das Kabel, sag ich mal. So, das war es auch schon. Die Kiste ist leer. Und da hätten wir hier die beiden Terror Dogs. Die sehen auch anscheinend identisch aus, also scheinen da keine Unterschiede zu haben. Denen fehlen natürlich noch die Hörner, die bekommen sie dann noch. Und dann machen wir doch mal auf. Es ist ja auch nicht viel, was hier zu machen ist, sag ich mal. Das ist die Aufkleber. Ich glaube, die Aufkleber sind betreffend nur die Falle. Die Protonentäckchen haben keine Aufkleber. Die sind nicht gedruckt oder ist schon fertig gestickert, wie auch immer man das sehen will. So, da sind die Sticker. Das hat der PKE-Meter noch, genau. Die PKE-Meter hatten noch ein Sticker und die Falle. So, ich würde sagen, das können wir doch einfach so nebenbei schnell machen, wenn ich noch so ein bisschen erzähle. So, eine ganz kleine Anleitung. Und dann, ja, geht das doch recht schnell. Nehmen wir die Falle. Und dann kommt, äh, ne? Aufkleber Nr. 1. So, kommt auf die eine Seite her. Schön, die Technik der Falle. Ich habe es im Ghostbusters Ecto 1 Video versucht mit einer Pinzette aufzubringen. Das klappt bei Lego ganz gut. Ich habe festgestellt, ich glaube, bei Playmobil geht das mit den Fingern doch besser. So, auf die andere Seite kommt dann die 2. Irgendwie habe ich mich mit der Pinzette schlimmer angestellt als mit Fingern, muss ich ehrlich sagen. So, und dann vorne noch die 3. So. Und dann obendrauf noch die 4. Das ist dann quasi, äh, wenn man in die Falle reinguckt, guckt nicht in die Falle. Ich habe direkt in die Falle gesehen. Und, äh, das ist ja, soll man eigentlich nicht, aber es ist auch nichts passiert, als, äh, ich glaube, der Egan hat reingeguckt. Egan Spangler. So. Dann klicken wir hier noch den Deckel der Falle drauf. Wo ist der andere? Da. Oh, da habe ich ein Horn vergessen von einem von den Terrorboxen. Hing da drin. So. Da kommen dann die 6 und die 7 noch drauf an Aufklebern. Da sind wir schon fast fertig. Das geht recht schnell, da brauche ich gar nicht viel zu erzählen dazu. Ich liebe ja die Ghostbusters-Filme. Das ist, äh, also die 2 Ghostbusters-Filme. Ich habe den, den dritten, das, das, ja, nicht so direkt Remake oder so. Ich habe es noch, habe ihn noch nicht gesehen, habe aber auch nicht viel Gutes drüber gehört. Und habe mich bis jetzt noch nicht getraut, mir den Film anzugucken. Und ja. Fast fertig ist die Falle. Dann kommt dann hier noch dieses Stück Kabel dran. Das wird dann aber hier angeschlossen. Und kommt dann hier auf den Auslöser für die Falle. Perfekt. Das ist also die Geisterfälle. Dann noch das PKE-Meter. Dann haben wir nämlich auch die Aufkleber schon mal fertig. Aber zumindest die beiden Ghostbusters-Filme, der erste und der zweite, die sind absolut genial. Kann ich mir immer wieder angucken. Letzten sind den ersten gesehen. Und ich denke, ich werde die Tage auch noch mal den zweiten angucken. Und ich bin gespannt, wie die Neuverfilmung ist, die jetzt da kommt. Oder der, der, der offizielle dritte Teil. Oder zumindest der, ja, der, der nicht gut angekommen ist, wird ja quasi mehr oder weniger ignoriert. Auch dann, glaube ich, von den neuen Teilen. So, und was ist jetzt hier los? Was steht da nicht? Ne, doch, passt, oder? Irgendwie. Nicht so richtig. Na gut, müsste irgendwie so... Ich habe das Gefühl, das löst sich hier. Durch sich einklicken tut es auch nicht. Hä? Das müsste doch irgendwie viel besser sitzen. Naja, egal, lassen wir es einfach so. So, dann kommt hier das Kabel für das, für die Pistole, ist beinahe gesagt, vorne. Da. Und so, wird da noch reingesteckt. Und dann da oben rein. Und jetzt sitzt es auch besser, seit es unten drin ist. Okay, naja, vielleicht hat das ja schon gereicht. So, dann wängt man ihn dann gleich auf, soweit sind wir nicht. Das ist der Strahler. Aber wir wollen uns ja auch die beiden Figuren angucken. Und wir müssen noch den, da sind sie genau, den Terror-Docs, noch die Hörner rein setzen. Wie kommen die denn rein? So wurde nach oben gerichtet. Wo ist denn die Verpackung? So, ja, doch so ein bisschen so, ja, so müsste es glaube ich passen. So, das sieht doch ganz brauchbar aus, sieht doch nach einem Terror-Doc aus. So, und dann auf der anderen Seite, also dem anderen noch hier, die beiden Hörner in die Rübe geschoben. Schön durchs Hirn gebohrt quasi. Den Terror-Docs, so, perfekt. Ja, das war es auch schon. War gar kein Speed-Build erforderlich für so ein kleines Set hier. Und, ja, gucken wir uns mal die Figuren an. Also wir haben hier Peter Venkman, da steht's Venkman, vollgeschleimt von Slime. Und auch hier schön mit Arm-Bedruckung, mit dem Ghostbusters-Logo, schöne Bein-Bedruckung. Hinten dann natürlich hier zwei Cover-Ey 2017 und so, aber ansonsten ein Peter Venkman halt. War auch cool, wenn er auch immer die Ellbogen-Schone, die die haben, das sind immer sehr witzig. Dann setzen wir immer das Proton-Päckchen auf hier. Proton-Pack. So, und dann können wir das hier raus machen. Und dann kann er den Werfer hier auch in die Hand bekommen. So, und dann den Strahl, den Stroh, die Ströme hier quasi. Und dann fängt er die Geister quasi rein. So, die Geister-Falle kennt man ja auch. Die wird dann hier wieder hingeworfen, hingeworfen, hingerutscht. Ein bisschen Auslöse hier, dann geht die auf. So, dann gibt es diesen Strahl nach oben. Und wenn der Geist dann da reinkommt, wird nochmal draufgetreten. Dann wird er eingesaugt und am Ende verschließt sich die Falle. Und dann kann er im Hauptquartier dann quasi entsorgt werden, der Geist, ja. Dann haben wir hier noch Dana Barrett. Man sieht auch schon die Augen hier. Sie sind so rot, also sie sieht schon sehr besessen aus. Sie ist ja auch zu dem Zeitpunkt besessen von Suhl. Und hat dann hier so ein recht freizügiges Kleid an. Dann hier auf die Schultern frei und so. Und mit denen dann versucht, einen Venkman zu verführen. Ja, weil sie denkt, er wäre der Schlüsselmeister. War sie der Schlüsselmeister? Sie war der Torwächter, oder? Ich spreche sie mal durcheinander. Suhl war doch... Ne, Suhl war der Torwächter, oder? Egal, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß, sie ist gerade nicht auswendig. Aber auf jeden Fall, sie wartet eigentlich auf Vince Clotto, der ja dann den Luis Tully befallen hat quasi. Im Endeffekt treffen sie sich ja doch Schlüsselmeister am Torwächter. Und so ermöglichen sie ja dann Gozer die Reise quasi zur Erde. Und ja, kennt man ja, wenn der Film gesehen hat, Gozer kommt dann ja als Marshmallow-Mann, weil Ray dann seine Gedanken nicht im Zaum halten kann. Versucht, auf etwas harmloses zu denken und so weiter und so fort. Gibt es übrigens auch ein Set mit dem Marshmallow-Mann und ich glaube, mit dem Ray sogar auch dabei. Sehr, sehr gut. Ja, aber schicke Figur auf jeden Fall. Hat was, ja. Mit einem Kleid und nicht wie sonst mit Beinen. Das ist, also, die hat natürlich auch Beine. Ja, sieht man ja hier, aber halt die von einem Kleid verdeckt sind. Das ist schon ganz, ganz schicke auf jeden Fall. Hat was. So. Und dann noch die beiden Terror-Dogs. Die sind auch ziemlich cool. Die sind halt komplett artikulierbar. Hinterpfoten beide, Vorderpfoten und der Kopf in der Höhe. Also, man kann die auch so ein bisschen so, dass sie quasi, ne, den anderen Fuß noch so, dass die sich gerade irgendwie, so wenn man dann jetzt eine Figur hätte von Gozer oder so, wie sie dann quasi vor hier so ein bisschen den Bückling machen oder so irgendwas oder halt wenn sie dann zum Angriff ansetzen oder wie auch immer so. Kann man halt schön artikulieren und die sehen auch richtig cool aus, so wie sie halt auch im Film vorkommen. Ja, hat was. Ich meine, die müssen größer sein, dass man dann hier lustig, wenn man sie halt reinsetzen könnte irgendwie, dass sie dann auch, wenn sie dann zu Stein sind, kommt sie am Ende raus, dann sie und der Louis Tully. Aber dann werden die Figur noch zu groß geworden. Ich sehe gerade, man kann wohl, ja, man kann auch das Maul öffnen hier. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Also auch da kann man artikulieren noch so ein bisschen. Und man könnte natürlich die Hörner noch so ein bisschen drehen, wenn man das irgendwie will. Aber so kann man die halt, dann irgendwie schön artikulieren, kann dann welche Szenen mit nachstellen oder so. Ist auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit. Ja, und es ist halt, ich glaube auch wichtig, um halt wirklich alle Geisterjäger zu bekommen. Ich weiß nicht, was im Hauptquartier, ob im Hauptquartier auch ein Venkman drin ist. Bei Hector 1 war ja der Winston Zeddemore und die Janine Melnitz dabei. Dann gibt es noch ein Set mit einem Egan und einem Geist. Dann gibt es hier mit Peter Venkman und der Dana Barrett. Und dann gibt es noch den Marshmallow-Mann. Da ist dann ein Mensch, der Ray Stance dabei. Aber wer jetzt beim Headquarter alles dabei ist, weiß ich nicht. Ich habe das Headquarter hier, aber ich weiß nicht auswendig, wer da dabei ist. Wäre natürlich cool, wenn es auch eine Peter Venkman-Version gäbe mit einer sauberen Uniform, sage ich mal. Aber das kann sein, dass der im Hauptquartier dabei ist. Das weiß ich nicht. Aber wenn man alle Geisterjäger haben will, würde man dann schon, glaube ich, einige Sätze kaufen müssen. Ich glaube, ich habe jetzt auch alle vollständig. Ich habe das Marshmallow-Mann-Set hier. Ich habe hier einen Venkman. Ich habe das Spangler-Set hier. Das habe ich sogar schon mal aufgemacht gehabt. Und ich habe den Winston aus dem Hector 1. Ich habe mir die vier Geisterjäger jetzt komplett. Das ist schon mal gut. Ja, sehr cool. Jo, dann wie immer sind wir schon am Ende. Kleines Review des Ganzen. Und wie immer gilt, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Also sowohl, was ihr von der ganzen über den Tellerrand blicken Playmobil-Woche haltet, was haltet ihr von Playmobil-Ghostbusters im Allgemeinen, von diesem Set hier im Speziellen. Oder wie gefällt euch denn generell Ghostbusters, das Franchise und sowas. Und ja, ich kann auch nur so viel sagen, morgen geht es mit etwas anderem weiter. Wenn ihr die Übersicht gesehen habt, wisst ihr es wahrscheinlich schon auf Instagram oder im Telegram-Chat. Da schicke ich ja immer sonntags quasi den Upload-Plan hoch. Dann seht ihr schon, was da so kommt. Also morgen und übermorgen gibt es dann ein weiteres Themengebiet. Und dann zum Schluss gibt es noch ein drittes Themengebiet. Da haben wir drei verschiedene Themengebiete von Playmobil abgedeckt. Und dann machen wir erst mal mit Lego weiter. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, mal eure Meinung zu dieser speziellen Themenwoche, zum Thema Playmobil und generell zu Playmobil, Ghostbusters etc. Haut es in die Kommentare. Lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt dann auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch in den Telegram-Channel kommen. Da informiere ich auch immer über neue Videos. Von da könnt ihr dann auch in den Telegram-Chat springen und mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Telegram ist komplett kotzenlos und der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.